Die Ermordung der 22-jährigen Polizistin Michael Kiesewetter vor 10 Jahren gleicht einer Hinrichtung. Aus unmittelbarer Nähe erfolgt der Kopfschuss. Nach allem, was heute bekannt ist, ist davon auszugehen, dass das Duo Böhnhardt und Mundlos vom nationalsozialistischen Untergrund, also dem NSU, die Täter waren. Aber auch nach 10 Jahren gibt es noch immer etliche Ungereimtheiten und offene Fragen. Die wichtigste, hatten die Täter Helfer? Oder waren sie, Böhnhardt und Mundlos, alleine unterwegs? Report Mainz und im Stern liegen jetzt geheime Polizeiakten vor, aus denen hervorgeht, dass relevante Spuren, dass diesen nicht nachgegangen wurde. Spuren, die im Zusammenhang mit einer sogenannten Funkzellenauswertung entstanden sind. Mit einer solchen Maßnahme wird u.a. festgestellt, welche Handynummer zum Zeitpunkt der Tat in der Funkzelle eingeloggt war, in der auch der Tatort liegt. Ulrich Neumann mit den Details. Tatort Theresienwiese Heilbronn vor 10 Jahren. Ein Video rund 90 m nach dem heimtückischen Mord an der Polizistin Michelle Kiesewetter und dem Mordversuch an ihrem Kollegen Martin A. Der überlebt schwer verletzt. Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos vom NSU sind die Täter. Das ist heute weitgehend geklärt. Aber unklar ist, handelten sie allein? Gab es Helfer oder gar Mit-Täter? Polizeiakten, die Report Mainz und im Stern zugespielt worden sind. Sie sind als geheim eingestuft. Sie sind brisant. Sie zeigen, am Tatort waren Menschen um die Tatzeit, die man dort überhaupt nicht erwartet hätte. Petra Pau, Vizepräsidentin des Bundestages und Obfrau der Linken im NSU-Untersuchungsausschuss in Berlin. Sie ist überrascht und nicht nur das. Besonders empört mich allerdings, dass dem NSU-Untersuchungsausschuss, das ist ja schon der 2. inzwischen im Bundestag, diese Fakten bisher vorenthalten wurden. Worum geht es? Es handelt sich um Polizeimaßnahme 203. Das ist die Auswertung der am Tatort erfassten Handydaten. Hunderttausende sind das. Aus diesem Datenwust werden die Nummern selektiert, die um die Tatzeit in Heilbronn eingeloggt waren. Das Bundeskriminalamt schickt diesen Datensatz an Europol in Den Haag. Das ist die Strafverfolgungsbehörde der EU. Man will wissen, ob darunter Handydaten sind, die der Polizei bereits irgendwie bekannt sind. Und Europol wird fündig. Unter anderem werden 9 Handynummern entdeckt, die von Ermittlungen stammen, aus einem gänzlich anderen Kontext. Laut Akten handelt es sich um Handynummern der islamistischen Szene bzw. deren Umfeld. Was bedeutet das? Fragen wir den Kriminologen Prof. Feltes, einen ausgewiesenen Kenner der Heilbronner Geschehnisse. Diese Personen können wertvolle Zeugen gewesen sein, sie können Mittäter gewesen sein, sie können Unterstützer gewesen sein. Also ich muss auf jeden Fall in diese Richtung ermitteln. Wenn man eine Nummer sehr nah an den Tatort bringen kann, sehr nah an die Tatzeit und sie polizeilich bekannt ist, dann müssen diese Nummern natürlich auch im Einzelfall konkret überprüft werden. Und genau diese weitere Auswertung ist unterblieben, zeigen die uns vorliegenden Akten. Weder wurden die Inhaber der Nummern ermittelt, noch wurden sie befragt. Zwei Handynummern sind besonders brisant. Dabei geht es um Ermittlungen gegen islamistische Terroristen und deren Umfeld. Diese zum Beispiel führt in die Dschihadisten-Szene nach Neu-Ulm. Drei Islamisten aus dieser Moschee sind im sogenannten Heiligen Krieg in Tschetschenien 2002-2003 umgekommen. Also, Neu-Ulm ist damals der Hort muslimischer Fundamentalisten. Und ausgerechnet eine Handynummer von hier ist beim Polizistenmord in Heilbronn eingelockt. Eine überraschende Entwicklung. Trotz alledem muss man natürlich alle gegebenenfalls möglichen Verbindungen zu anderen Tatbeteiligten, mit welcher Motivation auch immer, abprüfen oder ausschließen. Und das ist schon, ja, um es mal vorsichtig zu formulieren, sehr ärgerlich, dass zehn Jahre nach dem Mord an Michelle Kiesewetter das immer noch versäumt wurde. Und? Eine weitere Nummer aus der Islamisten-Szene, gegen die 2007 ermittelt wird, ist am Tatort in Heilbronn an der Theresienwiese eingelockt. Stundenlang. Bis wenige Minuten vor der Tat gegen 14 Uhr. Diese Handynummer führt zur Sauerlandgruppe, beziehungsweise zumindest zu deren Umfeld. Die Mitglieder der Sauerlandgruppe hatten damals Anschläge auf US-Einrichtungen in Deutschland geplant. Sie waren zum Zeitpunkt des Kiesewetter-Mordes bereits im Visier der Sicherheitsbehörden. Die Anschläge wurden in letzter Minute verhindert, die Mitglieder später zu hohen Haftstrafen verurteilt. Mehrere Islamisten, möglicherweise am Tatort in Heilbronn? Wenn es hier tatsächlich einen islamistischen Hintergrund gibt, dann muss man die Frage stellen, wo ist die Verbindung? Geht es hier um Waffenkauf? Geht es hier um finanzielle Unterstützung? Geht es vielleicht sogar um eine Form der Kooperation? Das würde natürlich alles sprengen zu dem, was wir bisher angenommen haben und auch gedacht haben. Aber allein, um das auszuräumen, muss man dieser Spur nachgehen. Die Bundesanwaltschaft beantwortet unsere Fragen nicht. Aus der Politik dagegen gibt es eine klare Forderung an die obersten Strafverfolger. Wir haben zum, ich weiß gar nicht wie viel, hundertsten Mal den Fall, dass die ermittelnden Behörden den Parlamentariern diese Unterlagen vorenthalten haben. Meine Erwartung wäre jetzt eigentlich, dass der Generalbundesanwalt schon einen Boten mit eben diesen Unterlagen losgeschickt hat. Ansonsten werde ich dafür plädieren, dass wir das als ein schweres Versäumnis im Abschlussbericht des Untersuchungsausschusses verankern. Auf Report Mainz.de übrigens die ausführlichen Interviews mit Petra Brau und dem Kriminologen Professor Feltes.